Das sind Fälle, die mich persönlich richtig wütend machen. Hallo, willkommen zu einer weiteren Folge von Jutke Dizzy, nachdem wir in der letzten Folge sehr viel mit hoch Motivation, ne, ja doch schon mit sehr hoher Motivation uns über den letzten Fall unterhalten haben und dass sehr viel Auslegungssache war und dass auch sehr hart bestraft wurde, kommen wir heute zu vier weiteren Fällen. Und diese vier weiteren Fälle sind, ähm, jetzt sind wir nochmal in Imola und in Imola ist eigentlich immer was los. Sollte Dizzy Ich zweifle heute wirklich an allem. Ich zweifle heute wirklich an allem, nicht ehrlich. Ich zweifle heute wirklich an allem. Dazu kann man nicht mal was lehrreiches sagen. Also irgendwie, um das in irgendeiner Form auch zu nutzen, um das als, als Fall zu nehmen für... Hä? Also, ich hab keiner... Okay, wir müssen kurz... Ich muss kurz mal studieren gehen. Okay, also ich hab das jetzt nochmal in Erfahrung gebracht. Der BMW reportet den... Der reportet den Ferrari für... Von der Strecke drängen. Warum reporten wir sowas? Das ist ja heute nun wirklich schon der... Der wievielte? Ich weiß es wirklich nicht, der wievielte das heute ist. Wir haben selber uns dazu im Vorfeld entschieden, eine Warnung auszusprechen. Also keine Strafe, sondern eine Warnung mit dem Hinweis darauf, bitte das nächste Mal und so. Achten Sie ein bisschen darauf. Auch hier, wenn auch in den letzten Folgen das sehr, sehr, sehr häufig gesagt wurde, bevor man etwas reportet, guckt euch das an. Ihr habt genug Zeit, also eine halbe Stunde, eine Stunde. Wenn ihr das aufnehmt, guckt euch das einmal an, guckt euch das zweimal an, guckt euch das dreimal an. Denkt immer daran, das guckt sich jemand nochmal an in seiner Freizeit. In seiner Freizeit guckt sich das jemand an und muss das bewerten. Und in der Zeit hätte er auch was anderes machen können. Weil es ist ja nicht so, als wenn die das aufmachen, fünf Sekunden gucken, wegdrücken und fertig ist. So läuft der Hase ja nicht. Überlegt euch bitte vorher, was ihr macht. Weil das hier ist, also ich würde es ja verstehen, wenn wir irgendwie bei Rookies sind. Okay? Oh oh. Nordschleife. Oh, das war laut. Entschuldigung. Wir sind auf der Nordschleife in der ersten Runde. Ich bin gespannt, was uns erwartet. Also gesagt wurde, causing a collision. Und Nordschleife hat bis jetzt immer abgeliefert. Also zumindest bei Jansky. Bei Jansky war immer, war alles drin. Ja, das ist ein Klassiker. Das ist wirklich ein Klassiker. Das ist der Klassiker mit, wenn ich alleine fahre, dann bremse ich gar nicht. Dann muss ich nur lupfen. Also der Porsche hat den Porsche reported. Also der Porsche hier vorne hat den reported. Zurecht auch. Zurecht auch. Absolut zurecht, weil er hat ja nicht drauf reagiert. Also an keiner Stelle. Dann hat er den BMW da auch noch reingehauen. Also das ist schon zurecht. Das ist causing a collision. Ja. Da kann ich immer nur empfehlen, ein bisschen ruhiger zu machen und manchmal einfach zu lupfen und auf den richtigen Moment zu warten. Krawall fahren ist oftmals nicht so clever. Da kommt meistens nichts Schönes bei raus. Das kann ich gar nicht einschätzen, bin ich ehrlich. So. Was haben wir denn jetzt? Nochmal die Nordschleife und auch eine causing a collision. Wo sind wir denn? Ach, Chat, das ist wieder so eine Stelle, die kennen wir alle und ich denke, also ich weiß es nicht, sagen wir mal so, ich weiß es nicht genau, aber man kennt die Stelle. Wir lassen das einfach mal laufen. Wir lassen die Nordschleife und die Nordschleife und die Nordschleife. Wir lassen die Nordschleife und die Nordschleife und die Nordschleife und die Nordschleife. Das sind Fälle, die mich persönlich richtig wütend machen. Die machen mich richtig wütend. Die machen mich so wütend und wenn ich dann immer noch lesen darf, was die Leute dazu schreiben, dann könnte ich ausrasten. Dann könnte ich wirklich ausrasten. Also das ist so, das ist mein absolutes Kryptonit. Ich finde wirklich die Ruhe selbst, aber das ist mein absolutes Kryptonit. Da wäre ich ganz, ganz böse. Also wenn ich sowas lese wie, er lässt sich ja nach außen treiben, ist er halt selber schuld, Alter, dann könnte ich ausrasten. Und das sage ich jetzt als Dizzy, okay? Das sage ich jetzt nicht als Jutschke. Da könnte ich ausrasten. Da wäre ich richtig fuchsig bei. Da wäre ich richtig, richtig fuchsig bei. Wir gehen da nochmal rein. Kurz, wir gucken uns das jetzt nochmal an. Um das wirklich mal runterzubrechen, okay? Und zwar vernünftig. Der Lamborghini hat den McLaren reported. Okay? Auf kurz oder lang ist das hier ein Rennunfall. Der McLaren besitzt die Dreißigkeit zum Lamborghini zu sagen, dass er sich weit raustragen lässt und selber schuld ist. Schrieb der McLaren auf den Lamborghini, der ganz normal seine Kurve fährt, okay? Und er macht die Kurve zu. Am Ende ist es ein Race-Incident. Ist es? Aber die Dreißigkeit musst du erstmal besitzen. Und das sind die Fälle, die mich wirklich am meisten aufregen. Weil das Fahrer sind, die leider sehr wenig einsichtig sind. Und ihr müsst mal überlegen, hier ist halt noch eine halbe Strecke ist noch frei, okay? Also er weiß, dass er schon hinkt. Also hinkt im Sinne von, der ist nicht so schnell. Er ist super schnell. Und fährt die Kurve trotzdem so eng. Das ergibt keinen Sinn, was er hier veranstaltet. Und dann die Dreißigkeit noch zu sagen, na gut, dann ist der Lamborghini halt selber schuld. Hm? 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 Und deswegen ist es am Ende, also es ist am Ende eine Warning, ne? Es ist eine Warning, weil der Lamborghini lässt sich wirklich raustragen, was relativ normal ist bei der engen Kurve. Und er scheint auch Probleme zu haben mit dem Wagen, sonst wäre er nicht so langsam. Aber wenn du dir überlegst, dass hier einfach ein halber Kilometer noch Platz ist und du entscheidest dich trotzdem noch, die Kurve so eng zu fahren und dann sowas zu schreiben, ist schwierig. Ist trotzdem eine Warning. Also er wird verwarnt. Und am Ende ist es ein Race-Incident. Um was mitzunehmen für die Zukunft, Leute. Es gibt gewisse Stellen, die man selber ja kennenlernt im Laufe der Zeit, wenn man fährt. Beispielsweise auch diese Kurve. Oder die Dörtinger Höhe. Und wenn das Fahrzeug, also wenn du ein Fahrzeug hast, was in deiner Klasse ist, so wie jetzt gerade das Beispiel, und du kannst da so vorbeiknallen, dann muss mit dem anderen Auto irgendwas los sein. Entweder kaputt, lenk, komisch, irgendwas. Und da kommt eine Kurve. Und du wirst sie ja kennen. Dann fahr sie nicht ideal. Dann verlierst du ein ganz kleines bisschen Zeit. Aber gib dem anderen irgendwie vielleicht auch ein bisschen Raum. Guck mal einen Rückspiegel und schätz das mal ein bisschen ein. Gib dir ein bisschen Mühe dabei, dass sich, ne, also, sich darüber auch mal Gedanken zu machen, was man da eigentlich veranstaltet. Weil einfach nur zu schreiben, ach ja, du, der hat sich raustreiben lassen, ist er halt selber schuld. Ist absolut korrekt, richtig. Hätte man trotzdem vermeiden können. Mit ein bisschen Rücksicht, gegenseitiger Rücksichtnahme. So eine Fälle machen mich wirklich sehr, sehr traurig. Bin ich, bin ich ganz ehrlich. Da werde ich ein bisschen, da werde ich ein bisschen emotional und muss ein bisschen, äh, Also als Jutke, äh, als Jutke muss ich mich da auch wirklich, äh, bremsen. Das sind so die wenigen Fälle, wo ich mich mal bremsen muss. Wir sind übrigens jetzt schon wieder auf der Nordschleife. Aber diesmal woanders. Ich bin sehr gespannt, was hier passiert. Also vorgeworfen bekommen wir jetzt hier gerade Causing a Collision in Lab 1. Ich bin sehr gespannt. Ich bin sehr gespannt, was das jetzt hier wird. Ich bin sehr gespannt. Also ich glaube, das ist ja wirklich das langweiligste Ende einer, ähm, Das ist ja wirklich ein lang, es gibt keine langweiligere Folge als, äh, Folgenende als das hier. Haha! Okay. Ja, äh, Auffahrunfall. Klassiker, würde ich sagen, oder? Also, es ist halt wirklich ein Klassiker. Das ist halt einfach wirklich ein Klassiker. Hinten drauf gefahren, sehr spät gebremst, ein bisschen sich, äh, verschätzt und, äh, weg war er. Und dann noch eine Runde 1. Das wird teuer. Das gibt, äh, ein Safety Rating abgezogen an dieser Stelle. Oh no! Ja, da war sogar Musik mit drin, das hab ich gehört. Die, äh, muss der gute Paul nochmal rausschneiden, die Musik. Ja, das ist Causing a Collision in, äh, Lab 1 und, äh, da bekommst du einfach mal ein Safety Rating abgezogen. Das war wirklich dein, äh, ein legendäres Ende. Das war wenigstens auch mal jemand, äh, der einen Grund hatte zu reporten. Also es ist wirklich, ähm, also ich weiß auch nicht, was in den letzten vier Folgen, die wir jetzt gemacht haben, was da passiert ist. Also, heute waren wirklich Reports dabei, wo ich mir gedacht hab, Mensch, das hätte man sich auch, äh, klemmen können und vielleicht einfach mal ein bisschen miteinander, äh, sprechen. Memo an mich selbst. Nächstes Mal die Reports anders einordnen. Nö, man kann auch einfach mal die, äh, die Folge von Jutke Dizzy super langweilig enden lassen, wie diese. Und ich danke, dass ihr euch das angeguckt habt. Grüßt doch mal eurer Vergangenheit, ich, denn am, äh, 17.05. um 20 Uhr. Äh, 17.05. 2024 warst du in diesem Stream. Wenn nicht, musst du abonnieren. Vielen Dank. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Ciao, kakao.